Musik Und jetzt wünschen wir euch alles Gute dazu. Ich darf nur sagen, dass natürlich ServusTV, und das freut mich in ganz besonderer Weise, sich um die Sachen annehmen, die eigentlich dort und da selbstverständlich sind, aber viele sagen, das ist da nichts mehr und so. Und gerade die Sachen mögen aber die Leute. Und es ist herrlich und erfreulich, dass es Firmen gibt, die auch das in besonderer Weise produzieren, wie die Firma Degel, und mit Kameraleit, die das in entsprechender Weise kennen. Und der Christian Gapmeier, der die schönen Bilder gemacht hat, ist unter uns. Und der Manfred Korin, der die Regie bei der Geschichte gehabt hat, ist auch da und schaut, so wie wir, hoffnungsvoll und erwartungsvoll dem entgegen, was es am Lied sagt. Und jetzt wünsche ich euch eine rechte, schöne, gute Unterhaltung rund um ein Grimmel. Applaus 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 Applaus